Im Rahmen der Euro-Kids-Tour fährt der Eurobus der Österreichischen Nationalbank zu Volksschulen in ganz Österreich. Dabei werden die Funktionen des Geldes erklärt. Die Themen gehen dabei vom Tauschhandel über Warengeld bis hin zu modernen Geld in Form von Banknoten und Münzen. Die Währungsunion mit ihren zahlreichen Vorteilen wird ebenso besprochen wie neue Zahlungsmittel. Spielerisch wird Kindern erklärt, wie man echte Banknoten erkennen kann. Anhand der einfachen Prüfschritte fühlen, sehen, kippen ist das kinderleicht.